Und ich habe diese leise Befürchtung, das gefällt mir so überhaupt nicht, das ist was mit dem Peacewish zu tun hat. Nee, 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 wenn du in den Wasser gehst, ist deine Feuerblume weg. So eine Scheuse. Äh, hier oben? Nee. Ich weiß halt echt nicht, wo wir hier noch irgendwie hin könnten. Das Einzige, was mir halt wirklich noch einfällt, ist der Peacewish. Du wirst aber auch nicht... Ja, das habe ich jetzt ganz toll gemacht, aber in diesen anderen Screen wollen wir eh nicht nochmal rein. Der hat sich nämlich irgendwie echt gar nicht rentiert. Ich meine hier oben im Peacewish vielleicht irgendwie... Und was ist das hier für ein... Hier kommst du raus mit dem einen Ding, ne? Ha. Ich habe so gar keine Ahnung, wo der Second Exit hier sein soll. Außer die wollen wirklich, dass ich hier nochmal irgendwie wegtauche, jetzt nach rechts weiter. Ja, nee, das wollen sie scheinbar nicht. Moment, das Atemgerät ist auch schon wieder kaputt. Hoppala. Nee, da walljumpt der sogar, da will er gar nicht tauchen. So Mario, jetzt sei kein Frosch. Wir müssen hier irgendwas machen, dass wir hier rauskommen. So, jetzt habe ich einen Peacewish. Ja, das ist schön. Den können wir jetzt auch gefühlt im halben Level überall einmal drücken, um rauszufinden, ob wir da was vergessen haben. Was hat denn da gerade Dödöd gemacht? Hatte ich echt so wenig Luft? Nee. Äh, Mann, no, ich will doch hier bloß irgendwie raus. Ich tauche hier einmal kurz auf. Muss man ja. Die Luft ist so schnell weg hier. Das ist ein bisschen wenig. Jetzt bin ich einmal komplett durch da auch und ohne... ohne direkt im Panikmodus zu gehen. Also ich hab... Ich save mal und dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Also hier ist jetzt der normale Rek. Aber ja, wenn Froschler mache ich dem Level sogar ganz gut, ich weiß nicht, ob das stimmt. Hier oben auch nicht, okay. Schauen wir mal nach Linges. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man den Peacewish da mit reinnehmen muss. in diesem zweiten Screen. Das wäre aber auch irgendwie bitter. In dem Peacewish sehe ich jetzt echt gerade nichts, was irgendwie... zumindest einsichtig wäre. Oder sehe ich jetzt nichts mit dem Peacewish, was irgendwie Sinn machen würde. Jetzt sind wir wieder hier drin. Und der Screen hat auch irgendwie... nicht so wirklich was gebracht. Wenn ich das so sagen kann. Ja, tot bin ich. Dann machen wir dich halt einfach mal. Warte. So. Wie schön. Also man konnte da nach rechts wegtauchen, aber... Denn jetzt sind wir wieder hier. Und nach dem Screen ist das Level zu Ende. Was habe ich übersehen? Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre hier jetzt drunter durchzutauchen gleich. Habe ich die Röhren da schon probiert? Eigentlich ja. Ist aber ein großes eigentlich. Was mir jetzt noch einfallen würde, ist... Das mache ich gleich mal. Das Wasser ist ja noch da. Hier durchtauchen. Geil. Geil. Wir haben gerade herausgefunden, dass manche nur nach oben eine Hitbox haben. Gut zu wissen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Malte, hier ist der Secret Exit? Nee, ne? Habe ich jetzt auch nicht. Sollte ich mal nicht die Reset-Tür nehme. Dann haben wir hier wieder richtig schön Waschau drin. Das ist ja jetzt blöd, so. Ach, Mann. Das habe ich ja nicht toll gemacht. Wenn ich hier nach links tauche? Nee. Da sterbe ich nur. Ich glaube, das gucke ich mal nach, wo das ist. Weil irgendwie... Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Wir machen jetzt erstmal die Welt so normal zu Ende noch. Können wir den Panzer da oben noch machen. Jetzt aber erstmal Cold Climb. Und dann gucken wir mal. Oh, du Heiliger. Oh, der hat gekriegt. Würde ich mal sagen. Hier oben ist... Oh, oh, oh. Der soll jetzt richtig nach oben gehen, hä? Drei-zehn. Hallo, Poki. Poki, das ist hier irgendwie alles falsch. Kann das sein? Das ist mein Tisch. Den habe ich selber aus Eins gemacht. Der ist schön, Poki. Ich liebe den. Den hast du so schön gemacht. Da gibt es gleich drei Punkte. Von vier. Was habe ich mit meinem Tisch falsch gemacht? Ich weiß nicht. Verbesserungsbedarf oder so. Oh, mit Rätseln. Nicht nur wieder mit Rätseln. Warte, halt da unten. Ich bin verwirrt. Ah, ich bin nicht mehr verwirrt, aber jetzt bin ich gestresst. Weiß nicht, was davon schlimmer ist. Oh, der Poki ist größer geworden. Mein Belki wird immer größer. So. Jetzt kann ich... So. Oh, das ist ja... Herz aller Liebst. Na, Poki? Alles frisch. Aber zwei Kugeln kannst du behalten. Aber immer großzügig. Oh nein, oh nein, oh nein. Jobby! Ja, tut mir leid. Schade. Was ist da drin? Neuer Jobby. Ich will nie da sein, wo die Nummer der Welt auftaucht. Ja, hat sich mal wieder bewahrheitet, ne? Da rein oder weiter dran vorbei? Ich glaube dran vorbei. Jobby! Wir haben's, Jobby. Wir haben's geschafft. Fuck! Macht nix. Haha! Moment. Das war eine coole Level-Idee, so, ne? Da will ich, glaube ich, nicht rüber. Von Wollen kann hier nicht die Rede sein. Ich muss wahrscheinlich... Jobby! Neuer Jobby. Jobby, Jobby! Los geht's! Nein. Monty aus. Böser Monty. Schluck! Schluck! Und hopp! Monty, das lässt du jetzt mal schön bleiben. Nein! Lass doch mal alle mich und Yoshi in Ruhe. Da hab ich nix getan! Jobby! Mit Raypoint! Und Pilz. Sehr schön. Hätte ich das andersrum gemacht, hätten wir jetzt das Bessere als ein Pilz. Aber wir haben ja Jobby. Das ist sowieso schon besser als ein Pilz. Jobby ist so gut wie ein Weizen. Also definitiv besser als ein Pilz. So. Hier hoch. Jetzt ganz schön viele extra Leben, wenn man Jobby nicht verschwendet. Jawohl. Isst den Stein. Sei ein dankbares Kind. So. Ihr seid ja bereit. Ich auch nicht. Das erinnert mich an dieser einen Donkey Kong Country 2 Level. Ihr wisst welche. Ich meine, die in der Mine. Wo der Typ die ganze Zeit seinen blöden Bumerang schmeißt. Oh nein. Du lässt mich mal in Ruhe. Mich und Jobby. Jobby, yo. Hallo. Wo kommt denn der Baseball jetzt? Jobby! Nein, Poki! Soll'n das? Komm, sein Bein. Nein, 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 nein. Aua! Jep. Hau ab. Hau ab, hau ab. Das ist jetzt irgendwie doof, dass da jetzt kein Jobby rauskam, sondern ein Extraläden. Poki, geh mal weg. Danke. Hier muss ich resetten. Tut mir leid. Jobby! Jobby, Jobby, scan. Oh nein. Jobby, bist du da? Bist du bereit, Jobby? Ich auch nicht. So, los geht's. Frech. Kack, Hack. Muss Jobby opfern. 0 von 10. Scheiß Spiel. Gewonnen. Jobby ist tot. Das war kein schönes Level. RIP. Allemann F für Jobby im Chat. Jetzt einfach mal schön F. F, F. Winter Warfare. F für Jobby. Oh nein. Ob geht's nach Russland. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Deut, 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 deut. Oh, fuck. Bereit. Ach, du scheiße, die Mucke, ey. Okay, dann sind wir bereit. Warte, Mario wieder als Flottenführer. Wir sind bereit. Sind bereit. Sind bereit. Deut, 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 sind bereit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es wäre extrem cool, wenn du mitscrollst, wenn du auf dem Panzer stehst. Aber wenn du auf dem Boden stehst, dann nicht. Aber das hat er scheinbar nicht so gewollt. Trotzdem sehr nices Design hier. Das muss die ihm lassen. Die Schraubenzieher sehen auch... Schraubenzieher, sag ich schon. Die Schraubenschlüssel sehen ja auch echt aus wie Schraubenschlüssel. Verhältnismäse. Das ist mal was Neues. Zumindest muss die Joby Russland nicht miterleben. Das stimmt. Ach du scheiße. Der kam aus dem Nix. Und hat auf mich voll frontal gerammt. Beim ADAC direkt angezeigt. Deswegen kann ich die Leute beim ADAC anzeigen. Aber ich als Blockwart kann das. Ich geh jetzt einmal hier runter. Ganz gutes Corona-Unrohr habt ihr hier. Fuck! Ich dachte, der kommt nicht, wenn ich da... Jetzt muss ich das ganze Leben auch von vorne. Nöööööö Das melde ich direkt beim Blockwart Ich sag's euch Auf euren Trabi könnt ihr noch drei Jahre länger warten Wenn das der Blockwart hört Nööööö Mama ihr habt immer noch Angst Mama hört mir aber auch einfach echt nicht zu Wenn ich hier sag ich sie Angst haben Ist ihr völlig egal Gefühlskalte Frau ich sag's euch 13 mal fuck bisher. Siehst du, es ist auch eine schöne Zahl, damit aufzuhören. Das Problem, ich hab's grad nochmal gesagt. Ist schön, dass Tobi mitzählt. Das ist ja so 1a Kinderfernsehen, da darf man das auch. Ich hab meinen Kanal extra besonders an Kinder gerichtet. Nein! Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich glaub, ich hab grad Load und Save State gleichzeitig gedrückt. Das mochte der nicht. Moment. Ja, ich glaub, der Emulator hat grad einen kleinen Wackler. Der hat nicht nur einen kleinen Wackler, ich glaub. Da ist er wieder. Solide. Nein! Im Schnee! Im Schnee! Jetzt werf ich ein und werf ich zwei und dann drei oder so. Ja, jetzt nicht mehr. Was kommt nochmal nach zwei? Nach zwei kommt, dass der Mario stirbt. Das lassen wir mal schön bleiben hier. Oh, oh. Oh, 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 nein! Ist aber schöner Weihnachtssterbesound hier in Russland. So. Ersten Panzer haben wir. Ist das Level jetzt fertig? Nicht? Schade. Das ballert ganz schön so, ne? Der ist tot. Komm schon gleich ein neuer raus. Oh, die respawnen scheinbar nicht. Dann soll ich den einen hier, der die ganze Zeit so rum darf, einfach vielleicht mal kaputt springen und dann ist gut. Dann mach ich das einfach so. Oh, ach du Scheiße. Äh. Äh. Nein. Nein, 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 nein. Ja, ich bin jetzt hier zwischen. Hier zwischen ist sicher. So zwischen zwei Panzern, die einfach nach vorne fahren, ist mir bestimmt sehr sicher. Vor allem diese Kleinen sind auch immer die geilsten. Die haben kein Geschütz, keine Männer drin. Die fahren einfach mit. Keine Ahnung, wie sich Bowser solche Flotten leistet. Nee. Warum er überhaupt sowas hat? Oh, nö. Aber eingefroren bin ich immer noch, weißt du? Kriegst einen scheiß Schraubenschlüssel am Kopf. Nö, bist du eingefroren. Oh, 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 oh. Oh, oh. Mama me. Oh, tscher. Nein, 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 nein. Nö. Nö, ey. Mal die Nase ins Getriebe stecken. Oh, der Bartklip fest, der Bartklip fest. Dieser Einfrier-Bullet-Bilds finde ich fast noch schlimmer als die richtigen. Nein, du findest die richtigen Bullet-Bilds schlimmer. Okay, ich hab's verstanden, alles gut. Schöne Musik. An der Nase eines Moles erkämpft du sein Geholz. Jawohl. Das war, was sein Geholz ist. Und was sein Gehölz. Die können bloß kein Öl aussprechen. Die haben Maulwurf-Näschen, da kannst du doch kein Öl mit aussprechen. Tut mir leid. Ich wollte dich und dein Maulwurf-Näschen jetzt nicht kränken. Nicht mehr hoffen. Sonst gibt's Stress im Garten. Sonst gräbt er dir gleich den ganzen Vorgarten um. Dann kannst du drei Tage haken, bis das wieder normal aussieht. Und dann fängt er wieder von vorne an. Und macht einfach so... Und dann ist dein Vorgarten weg. Oh, ein Pilz. Sehr schön. Mehr Geld. Mehr Geld jetzt. Ansage, mehr Geld jetzt. Och, nö. Der Tiefergelegte hier ist auch ein bisschen frech. Der hier ist auch frech. Die sind alle... Allesamt frech! Ich... Ich mag nimmer. Die ist level. Die ist ärgert. Habt ihr das mitgekriegt? Die ist ärgert. Richtig. Stark. Du kannst auf die noch nicht richtig draufhüpfen. Weil anders als so in Mario 3, wo die erste rausgucken und dann werfen, haben die da Teile einfach schon direkt in der Hand. Und selbst wenn du den auf den Kopf hüpfst, dann hauen die dir mit dem Ding nochmal so ordentlich zwischen die Beine, ne? Da klingeln aber direkt alle Glocken. Das willst du nicht miterleben, ne? Das ist hier nicht umsonst das Weihnachtslevel. Da klingeln dann direkt die Weihnachtsglocken. Deswegen gibt es auch diesen Weihnachtssterbesound. Da ist dann Ho, 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 Jingle Bells. Mario ist jetzt leider bei den Kastraten dabei. Schade. Kann man nix machen. Manchmal ist es halt einfach so. So schöne Farben hier im Schneesch. Hallo! Jawohl. Doppelkopf. Dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd Das hätte aber auch bestimmt anders funktioniert. So, jetzt... So weit waren wir noch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Oh, geil. Geil! Nee! Ihr habt Angst gekriegt, da war noch ein zweites Rohr. Das hat mich Sorgen... Oh, nee. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Klipp. Wir sollten einfach mal den Manfred von Karma für uns spielen lassen. Der kann das bestimmt besser als wir. Der hat doch inzwischen seinen Robo-Upgrade gekriegt. Der ist Profi. Der war auch vorher nicht schnell genug. Der musste sich verwandeln. Und jetzt, wo der sich verwandelt hat, da kann er das hier bestimmt, ne? So mit so einem Terminator von Karma kannst du das bestimmt locker durchspielen. Klipp. So, eine Yoshi-Coin. Man beachte einfach nur den Timer, dass der wirklich von Anfang an 500 Sekunden hat. Das ist ganz schön viel. Das ist jetzt irgendwie doof. Hallo. Ha! Dem war ich's gegeben. Und jetzt suche ich mir erstmal das Power-Up hier drin. Und dann können wir weitergucken. Volles Röhr, ja? Ja, hoffentlich nicht. Geld, 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 Geld. So, jetzt stehe ich mich einfach mal hier hin. Haha. Oh, nein. Geh weg. Oh, nein. Nicht schon wieder. Wieder verloren. Alle. Oh, mein Gott. Ich hab grad gesagt, so, und jetzt kriegst du die Kanonenkugel ins Maul. Ne, alles gut. Ich leb noch. Aber, da kommt Runde 2. Seid ihr bereit für Runde 2? Das Unterdick schießt auch, oder? Was ist denn das hier? Wer hat denn den Kack zusammengezimmert? Hallo. Bowser, Arbeitssicherheit. Achso. Haben wir grad klären können, Arbeitssicherheit hat er gesagt, braucht er nicht mehr, hat er da einen Schein für. Er hat einen Schein dafür, dass man Arbeitssicherheit abschaffen kann. Welche hoch? Oh. Ich geh jetzt da oben aufs Luftschiff, da melde ich mich mal persönlich. Geht's natürlich auch noch weiter. Genau. Der scrollt ja immer schneller. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Wenn dich das Ding hier oben einfriert, dann fällt's aber direkt aus dem Himmel runter. Da musst du richtig vorsichtig sein. Eine Hommage an das beste Level in Mario 3. Und dann auch noch einer an das schnellste scrollende Luftschiff. Das beste Level in Mario 3 ist bekanntlich das eine Level, wo alles so schön groß ist. Und dann mach ich nicht die Welt. Ich mein, nur dieses eine Level. Ein ganz spezifisches. Nein, das beste Level in Mario 3 ist natürlich unangefochten das, wo man den Gumbaschuh hat, ne? Das ist klar. Da gab's ja auch, glaub ich, nur eins von. Mist. Aber wir haben Midwaypoint. Das ist schon mal nicht schlecht. Hoi. Die Feuerblume bringt dir aber auch hier so gefühlt gar nichts, weil du springst einmal und dann kommt direkt so ein Schraubenschlüssel um die Ecke geflogen. Der hat auch Aimbot, der Typ. Wo hat der denn so viele Schraubenschlüssel her? Die müssten ihm doch auch irgendwann mal ausgehen, oder? Ist ja schon wieder wie Team Fortress 2, wodurch der Ingenieur dann auch mit seinem Ding verprügelt hat. Aber der hat eine Rohrzange, glaube ich, und keinen Schraubenschlüssel. Weiß ich nicht. Team Fortress 2 ist bei mir schon ein bisschen her. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ich leb noch. Und Ducken? Was soll denn das jetzt hier werden? Oh, kacke. Oh, das ist ja auch ein Boss-Level. Das hab ich ja fast vergessen. Durch Doppelpilz. Doppelpilz. Seid ihr bereit? Hier kommt der Boss. Und es ist... Ach du Scheiße. Eins, zwei... Warum kommen die denn so weit runter? Aua. Aua. Ach so. Jetzt kann ich den hier noch weghauen, dann war's das, ja? Sehr schön. Und nu? Ach so. Wenn mich das Ding jetzt noch weggehauen hat, hätte ich geweint. Aber das... Hallo. Lässt ihr das jetzt mal? Weißt du? So ein total schwieriges Level dann einfach so ein Resident-Op-Boss-Kampf. Kann ich mit leben? Oh. 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 Nee, 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 nee. Nee, danke. Danke. Echt, nee, danke schön. Aber heißt das, dass Welt-14 mandatory ist? Dass du da wirklich rein musst? War ich das jetzt richtig verstanden? Ja, vielleicht kommst du auch direkt nach Welt-15, wenn du hier in Welt... Was ist das hier? Welt-12. Den normalen Exit nimmst. Ja, ich denk dann mal, ne? Irgendwie muss es ja sein. Guter, jetzt haben wir zwei Stunden Mario gemacht. Das reicht mir für Mario heute auch erstmal hin. Von wegen wären wir heute mal fertig. Nee, aber wir haben ja immerhin zwei Welten komplett fertig. Außer den Secret-Exit im See, aber den... Pssst, wenn das keiner mehr erwähnt, vergessen wir den alle einfach mal. Ganz klar. Nein, wir gucken dann nächstes Mal nochmal. Wir schauen mal. So, dann machen wir Mario mal aus. Be right back mal an. Wollen wir nochmal Welt-14 machen? Ja, ey, wie wär's? Wollen wir noch Welt-14 machen gehen? Können wir mal machen, ne? Das mach ich. So, ich bin mal kurz fünf Minuten weg und dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis dann.